So, dann können wir gerade Gunther noch mal was geben. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Ich habe nämlich was gefunden. Hier dieses komische den Thunderstone. Was auch immer das genau sein soll. Ich packe dir das mal dahin. Oh, ein neuer Rekord. Ein neues Reward. Dabei habe ich nur ein Ding mehr gespendet, als ich vorher hatte. Was haben wir denn da schön? Was ist das denn? Starseed Fruit. Im Sommer. 13 Tage dauert das. Okay, warte mal. 13 Tage habe ich aber noch. Der Sommer hat ja zwar keine 30 Tage, aber 23 wird er ja wohl haben. 13 Tage braucht das. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, haben wir noch irgendwas, was wir hier geben? Schwindereinzug. Moment. Halt. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Wir sind quasi schon fast da. Im Gegensatz zum letzten Mal zumindest. Lauf, Snussel. Lauf. Lauf, 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 Lauf. Das klang ja eben auch so. Oder beim letzten Mal auch so. Als hätten wir den Zug nur knapp verpasst. Ganz, 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 ganz knapp. Go, 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 go. Du schaffst es, Snussel. Na, Zug. Tatsächlich, hier ist ein Zug. Hält der auch an oder so oder nicht so? Huh. Gupfer? Hä? Hä? What? Was passiert hier gerade? Hä? Ist da gerade was vom Zug gefallen oder was? Ist da gerade tatsächlich Zeug vom Zug gefallen? Was zur Hölle? Ja, ich habe jetzt natürlich gerade keine Spitzsacke, ne? Das heißt, ich kann keine Steine kaputt machen. Das ist aber nicht so schlimm. Hoffe ich. Und wir haben nicht mehr so viel Kupfer. Das heißt, da müssen wir dann auch irgendwie wahrscheinlich demnächst durchaus zusehen, dass wir was Neues kriegen, mehr kriegen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht doch irgendwas mit besserer Qualität mitbringen sollen für das Festmorgen. Oh, ich kann auch... Warte, mal Pilze. Oh, wenn wir hier natürlich gerade tolle Pilze haben, ne? Haben wir aber gerade nicht. Schade. Aber wir müssen morgen auch zusehen, dass wir das tatsächlich halbwegs pünktlich dahin schaffen. Wir müssen natürlich den ganzen Kram vorher noch, wenn es geht, bewässern. Also nicht, wenn es geht, sondern wir müssen das tun. Das ist wichtig. Das ist durchaus wichtig, würde ich einfach mal so behaupten. Ich kann auch noch ein bisschen von dem Kupfer hier einschmelzen, weißt du? Blöd, dass ich das nicht die ganze Zeit schon mache, vielleicht. Das geht ja auch relativ flott, sage ich mal. So, was mache ich jetzt? Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte die komische Sternenfrucht einpflanzen, ne? So, pass mal auf. Zack. So. Oh, da machen wir auch. Komm, da machen wir Dünger hin. Da kommt auch ein bisschen Dünger mit drauf. Wie viel brauche ich für einen Dünger? Wo ist es? Da. Zwei Sepp. So. Dünger. Dünger, 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 Dünger. Dann kriegt das direkt bessere Qualität. Qualität. So. Also, sofern das überhaupt, ich weiß gar nicht, was das wird. Ob das irgendwas ist, wo die Qualität irgendwie relevant ist oder so. Muss es ja auch gar nicht unbedingt sein. Was war das gerade? Ich habe gerade irgendwas gehört. Na, egal. Ganz ehrlich, ich mache jetzt den komischen. Ich hacke den jetzt doch noch weg. So, dann machen wir das. Ich weiß nicht, warum das Schwert jetzt so weit hier hinten ist. Aber gut, ich lasse das jetzt erst mal so. Oder? Ich weiß, das ist gerade doof verteilt, finde ich. Also, ziemlich doof. Nee, 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 nee. Halt, halt, halt. Wir machen das schon irgendwie so. So jetzt vielleicht erst mal. Kupfer. Zack. Mehr Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Kann man immer gebrauchen. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Bestimmt. So, nehme ich gleich dann wirklich irgendwas Sinnvolleres noch mit zum Luau. Könnte man machen. Muss man natürlich nicht unbedingt. Vielleicht ist ja morgen, oder wahrscheinlich ist morgen noch hier ganz viel irgendwie fertig. Auf meinem Feld. Sodass ich das auch noch erst irgendwie alles abernten muss. Und dann fängt das Fest an und dann komme ich zu spät oder so. Wobei, das ist zwischen neun und zwei oder so. Das werde ich schon irgendwie schaffen, zeitlich, denke ich. Da noch rechtzeitig hinzukommen. So, dann habe ich gleich erst mal wieder fünf. Ich glaube, fünf reichen erst mal. Wenn ich dann noch wieder was brauche, dann kann ich das immer noch einschmelzen, denke ich. Das will ja auch nicht die ganze Kohle verbrauchen. Das ist so die Sache. Sonst habe ich irgendwann keine Kohle mehr. So, wir haben aber noch die Axt. Das ist gut. Gut, dann kann ich nämlich was, dann hacken wir noch mal hier ein paar Bäume kaputt. So, wenn ich das hier hin, dann wird das ja wohl nicht, hoffentlich nicht nach rechts umfallen in den Teich. Fände ich jetzt blöd. Ha, das ist die richtige Richtung. Das ist gut. So, dann hacken wir hier mal noch einen Baum kaputt. Einen von den beiden hier, weil die stehen recht nah aneinander. Hier kommt auch schon ein ganzer Wald langsam raus. Mir geht es nur gerade darum, dass ich noch ein bisschen von meiner Energie verbrauche, bevor ich die irgendwie quasi verschwendet habe. Oh, guck mal. Mixed Seeds. Warum nicht? Zack. Dann kann ich hier demnächst auch mal die ganzen komischen, hässlichen Steine kaputt klopfen, wenn ich meine bessere Axt habe. Wir gehen noch mal kurz hier in den Wald. Einfach nur, um mal kurz zu gucken. Ach, ich habe gerade, hä, ich habe nichts mit, was ich Marni geben könnte, ne? Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, irgendein Dümchen oder so, was ich hier geben könnte? Ich musste ja auch irgendwie noch, dass die freundlich wird, dass die mich in ihr Zimmer lässt, dass ich die Buchse von dem Bürgermeister wiederfinden kann. Das wird auch eine etwas längere Quest hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe hier aber tatsächlich gerade nichts. Nichts Sinnvolles, was ich finden, mitnehmen und ihr schenken könnte. Blümchen oder sowas. Nee, nee. Irgendwie nicht, ne? Oder ich bin blind. Das kann natürlich auch immer sein. Was ich auch mal mal komme, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wir sind ja quasi gerade schon fast im ganz, ganz im Süden des Waldes. Da können wir doch auch noch mal bei der Katze vorbeigucken. Hallo, Hütekatze. Aha. Fischerman und Achievement 15.000. Okay. Keine Ahnung, was das mir sagen möchte. 15.000 was? Geld gemacht oder so? Möglicherweise. Man weiß es nicht genau. Ja. Ich könnte mir auch noch ein paar Fels-Snacks mal wieder bauen, ne? Nur damit ich welche habe, wenn ich nicht mehr so viel Energie habe und so. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie abhängig davon, was ich mitbringe. Ob das irgendwie erstens ein halbwegs ordentliches Fest wird oder nicht, dass hier irgendwie ganz, ganz, ganz großer Mist passiert, weil ich irgendwelchen Crap mitbringe zu dem Fest morgen und das keiner möchte und mag und mich dann keiner mehr leiden kann oder so. Das nennt sich da übrigens Social Pressure. Ganz, ganz gefährliche Geschichte. Und immer aufpassen, dass man bloß nichts Falsches tut. Damit einen die Leute noch halbwegs leiden können am Ende. So sollte das eigentlich nicht sein. Oh Gott. Ich hacke den mal nicht ganz kaputt. Lieber nicht. Aber ich werde mal gerade zusehen, dass ich mir noch vielleicht ein bisschen was baue. Also hier so, diese komischen Snacks oder was. So. Moment. Ach, ich habe gar nicht so viel, ne? Ja komm, die Acorns brauche ich gerade nicht. Dann machen wir das mal so. Baue ich mir mal tatsächlich hier fünf von den komischen Snacks. So. Und den Rest packen wir mal weg. Oh, da oben ist es Honig oder sowas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte mal, habe ich eigentlich noch Blumen? Ich habe die guten Blumen noch, ne? Die will ich eigentlich nicht verschenken. Und auf den Festen kann man auch immer nichts verschenken. Mal ganz davon abgesehen. Hallo, Mau. Honig. 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 Produced by Bees. Ganz ehrlich, das verkaufe ich mal. Nur mal zu gucken, wie viel das so gibt. Flöp. So. Das werde ich auch nicht in das komische Zeug reintun. Ich bin ja nicht wahnsinnig. So. Ja, wir möchten gerne schlafen für diese Nacht. Und dann ist gleich das Luau-Fest. 100 gibt es. Dafür ist ja nicht so viel. Na ja, gut. Dann müssen wir uns jetzt beeilen, dass wir uns ordentlich um unseren Kram kümmern. Möglichst flott. Möglichst schnell einmal ganz kurz gucken wir mal. Solange wird ja zum Glück pausiert. Wie sieht das aus? Morgen wird es schön und sonnig. Das ist gut zu wissen. Was sagen die Sterne heute so? Sie sind gut drauf, die Geister. Auch das ist schön. Living of the Land. Wie sieht es da aus? Mit dem Tag morgen wird eine ungewöhnliche Zahl von Korallen und Muscheln am Strand angespült werden. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Wissenschaftler, aber ich habe gehört, das hat etwas mit der Mating Season. Das heißt mit der Mating Season Brunftzeit. Nein, keine Ahnung, von den Krabben zu tun. Wie auch immer, damit kann man eine Menge gutes Geld machen. Ja, da hat er wohl recht. So, einmal kurz gucken, was haben wir hier noch? Was könnte man denn da so mitbringen? Wir könnten Salmon Berries mitbringen. Äh, für den hier, für den komischen Eintopf oder was die da auch immer gerade bauen heute. Äh, wir können auch die Cookies mitbringen, aber das passt natürlich gar nicht. Jam. Hm, nee. Salmon Berries, nee, nicht so. Komm, wir nehmen einfach was mit, was war. Vielleicht kriegen wir ja heute sogar noch hier irgendwie was. So, was haben wir denn hier? Lieber Snizzle, ich habe einen Artikel über dich in der lokalen Zeitung gelesen. Das scheint ja richtig so, als würde dir das Landleben ganz gut zu Gesicht stehen. Ich bin so stolz auf dich. Sei vorsichtig, liebe Mama. Mama ist stolz auf mich. Yay. Ich mag das, aber ich finde das total cool, dass es solche kleinen Fluff-Elemente irgendwie gibt. Das ist cool, das ist schön. Das lässt das Ganze irgendwie ein bisschen lebendiger wirken einfach. Das ist schön da dran. So, Beeilung, Beeilung. 9 Uhr fängt das Ganze theoretisch schon an. Nicht, dass wir irgendwie die Hälfte verpassen oder so. Aber wir müssen natürlich auch wirklich noch unser ganzes Feld hier einmal bewässern. Und das dauert leider eine ganze Weile. Vor 10 Uhr waren wir damit, glaube ich, noch nie fertig. Was war das denn gerade? Achso, ich glaube, das war es hier da. So, vielleicht einmal hier kommen schon mal die Dinger. Nicht, dass wir gleich wieder nicht sehen, welche wir davon schon bewässert haben und welche nicht. So, so, so. So und so. Dann hier die Pflanzen, einfach weil sie relativ weit weg sind. Und das dann gleich auch leer ist, aber nicht erst nachdem wir das hier fertig haben. Das heißt, der Weg wird ein bisschen minimiert. So, dann gehen wir jetzt direkt einmal hier, zack, hier rein. Hallo. Nein, das wollte ich nicht. Hat die kein Ei gelegt heute? Hat die kein Ei gelegt? Oh. Die Ziele hat kein Ei gelegt. Schade. Warum eigentlich nicht? So, schnell einmal zumachen. Dann schnell mal hier hinlaufen. Auffüllen und den Rest schnell noch. Oh Gott, oh Gott. Bis 9 Uhr schaffen wir das sogar wahrscheinlich. Kein Problem. Na gut, bis zum Strand dauert es ein bisschen. Aber ein guter Gast kommt ja nicht zu früh. Also nicht so früh zumindest. Muss ja auch nicht sein. Dann können wir nochmal ganz kurz gucken, was wir jetzt überhaupt wirklich mitbringen wollen. Außerdem noch einmal ganz kurz gucken, ob vielleicht irgendwelche Pilze gewachsen sind. Und wenn, welche Qualität die so haben. Denn wenn da wirklich Pilze von guter Qualität bei sind, dann kann man natürlich auch sowas mitbringen. Aber ich glaube nicht. Luau hat begonnen an der, am Strand, nicht an der, an der Strand. Nehme ich einen Pilz mit? Natürlich auch irgendwie was, aber keine Ahnung. Was nehme ich mit? Das hat natürlich bessere Qualität. Das ist eine Frucht. Das ist auch eine Frucht. Das ist Forage. Das bringe ich lieber nicht mit. Ich bringe den Pilz mit. Schmeiß den da rein, dann sterben alle. Entschuldigung. Ein Blödsinn. Ich glaube, ich bringe eine Grape mit. Einfach, weil die ganz gute Qualität hat. Besser zumindest als der andere Kram. Ach nee, Moment. Ich wollte ein Radieschen mitbringen. Nix. Auch wenn das Ding hier bessere Qualität hat. Wir bringen ein Radieschen aus eigenem Anbau mit. Einfach, weil es aus eigenem Anbau ist. So. Da gibt es jetzt kein Fatun hier. Das ist aus eigenem Anbau. Das müssen wir mitbringen. So. La 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 la. Ich mag das. Ich mag die Musik. Die ist toll. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir jetzt gerade wieder das Fest so ein bisschen verkacken, möchte ich fast sagen. Dass wir was total Blödes mitbringen. Und deshalb uns wieder keiner mehr mag. Keiner mit uns tanzen will, etc. Etterer. Okay. Arnie macht das. Okay. Hi. Hallo. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich zu Luke Sharp sagen möchte. Oder wie ich das übersetzen möchte. Aber der Governor ist da. Wenn du etwas für das Potluck mitgebracht hast, dann sieh zu, dass du es in den Suppentopf wirfst. Suppe ist natürlich gut. Da passt vielleicht. Ne, ne, ne. Halt, halt, halt. Hier bin ich noch nicht angefangen. Hallo, hallo, hallo. Was? Hallo, hallo, Governor. Oh, was für eine schöne und, ja, was für eine schöne Möglichkeit. Es ist immer schön, in Stardew Valley vorbeizukommen. Ich sollte vielleicht mal mit meiner Frau reden über ein Ferienhaus hier in der Gegend. Und, ja, solltest du, oh Gott, hier ist ja was los. Das sieht ja voll cool aus. Oh, und er ist wieder so ganz grimmig an der Seite rum. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein bisschen Frieden und Ruhe am Ozean genießen? Nein, kannst du nicht. Ah, der frische Duft des Ozeans. Ja, der erinnert mich an viele, viele Jahre zurück. Viele Jahre sogar noch, bevor du geboren wurdest. Hi. Guck mal, die kann das richtig gut tanzen. Ich habe das Gefühl, das passt gut. Die anderen tanzen irgendwie ein bisschen seltsam dazu. Äh, ja, die ist ziemlich, äh, unansprechbar, könnte man sagen. Sie sieht auch ein bisschen so aus. Hi. Nee, ich bin gelangweilt. Und du? Äh, Vincent ist kein besonders guter Tänzer. Oh. Nee, jetzt kommt er auch nicht mehr mit. Au, du bist auf meinen Fuß getreten. Äh, das ist ziemlich ermüden, Schatz. Äh, sind wir nicht bald mal bereit für das Buffet? Äh, ich will ja tanzen, aber, äh, ich möchte nicht, äh, ganz voll geschwitzt werden. Perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Ja, schon. So. Ist Willi am Angeln? Nee, aber Willi ist da. Ich dachte mir schon, dass der R hier hinten irgendwo ist. Hi, Snizzle. Gönnst du dir eine kleine Auszeit? Äh, um dir die, äh, Wahrheit zu erzählen, ich würde lieber jetzt gerade fischen. Mach doch. Das ist übrigens das, was ich eben gesagt habe, ne? Nur weil du auf einer Party bist und wenn du lieber fischen möchtest, dann fisch lieber. Es ist doch völlig egal, ob das irgendwem gefällt oder nicht. Mach es doch einfach. Aber es ist ganz schön, äh, naja, anstrengend, mit jedem zu socialisen. Ich möchte eigentlich viel lieber mir die See anschauen. Die wird mir noch sympathischer. So geht's mir auch. Ich bin nicht unbedingt der große Socializer. Gerade so auf so Partys. Ich, ich schaue mir dann lieber, also weiß ich nicht. Ich betrachte lieber, ich observiere. Kann man jetzt creepy finden oder nicht, aber so auf Partys bin ich wahrscheinlich auch nicht so der unbedingt perfekte Gast. Weil ich nicht unbedingt viel Socialize, aber, äh, ich habe trotzdem meinen Spaß. Ich muss dafür nicht die ganze Zeit mit Leuten quatschen. Der Magier ist auch da. Die, äh, mehr Menschen sind, äh, ein bisschen neugierig, was diese Festivitäten angeht. Die sind aber auch ganz schön, äh, schnell sauer, wenn du Sachen in den Ozeanen wirfst. Okay. Es gibt hier also mehr jungen Frauen und mehr jungen Männer. Mehr Männer. Hallo. Ich weiß nicht, was Anchovies oder wie auch immer man das ausspricht, sind. Aber offensichtlich hat Sam da mal was reingeschmissen von in den komischen Dings. Hast du dich schon jemals gefragt, warum Sam mal im Community, in der Stadt, äh, Community Service leisten musste? Also, sowas gibt es sowas in, ja doch, sowas gibt es bei uns auch, ne? Das ist halt, glaube ich, eher so eine typische amerikanische Sache, wenn du als, äh, Teenager Mist baust in Amerika. Dann musst du halt irgendwie so, äh, öffentliche Arbeiten, wollte ich gerade sagen, ne? Öffentlich-Wirksamkeitsarbeit, bla 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 leiten. Ihr wisst, was ich, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Shane, wow, du kriegst sowas wie dieses heiße, äh, Pfefferschatten, die nicht in der großen Stadt. Hätte ich Pfeffer mitbringen sollen, hatte ich aber gerade nicht da. Hi, Gars! Diese verfluchten Sandfliegen landen immer auf meinem Futter, auf meinem Essen. Kennt man aus dem Sommer, ne? Hä? Freies Buffet. Eine der, äh, großen, der großen Freuden hier zu leben. Hallo! Wenn du etwas für die, äh, Suppe mitgebracht hast, dann steig einfach die Treppe dort hoch und wirf es auf der anderen Seite rein. Okay. Hallo? Ah, okay. Ja, ne? Einmal das Radieschen. Ich habe Radieschen dazu gepackt. Kann ich noch mehr dazu packen? Nein, man kann nur eins dazu packen. Okay, gut zu wissen. Äh, wie ist das bei dir, Caroline? Ich habe ein paar frische, frisches Gemüse aus meinem Garten reingeschmissen. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht nur Radieschen da drin. Hm, vielleicht sollte man sich auf die gute Seite des Governors stellen. Dann gibt er meinem, äh, meinem Laden vielleicht ein bisschen Steuerfreiheit. Ich frage mich, ob er, äh, guten, gealterten Whisky mag. Okay. Na, wenn jetzt nur noch der Bürgermeister aufhören würde, ihn den ganzen Nachmittag zu smoothen. Hallo? Ich bin heute etwas spät aufgestanden. Als ich aus meiner Tür gestolpert bin, bin ich in der Mitte von diesen Festivitäten gestolpert. Wie geil. Ich habe ganz vergessen, dass heute Luau war. Oh, wie cool. Hi, Lea. Na, wie ist das, Fam? Alles okay? Es muss eine ziemlich beschäftigte Jahreszeit für dich sein. Ja, so kann man das durchaus nennen. Hallo? Ich hoffe, die Suppe ist dieses Jahr gut. Klingt so, als wäre sie es nicht sonst. Äh. Ich bin so voll. Kann man noch irgendwas anderes machen, außer zu essen? Stimmt. Gut, dass ich mit Sonnencreme gekommen bin. Ich frage mich, ob Maru vielleicht ein bisschen Sonnencreme auf ihrer Schulter gebrauchen könnte. Äh. Okay. Na, die hat doch da Klamotten an. Da wird doch schon nichts passieren, oder? Was auch immer. Leines da auf dem Spießbrät riecht wunderschön. Okay. Das kann der wahrscheinlich richtig gut, wa? Ein langsamer... Eine langsame, kontinuierliche Rotation ist wichtig, um die perfekte... Das perfekte Braten zu bekommen. Okay. Äh. Warum ist die Brücke wieder kaputt? Die haben meine Brücke kaputt gemacht. Die Schweine. Gouverneur, wie interessiert's? Warum sollte ich mich darum scheren, dass irgendein x-beliebiger alter Typ da ist? Wir schmeißen dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen kleinen Geschmack davon zu geben, was das Tal hier so zu bieten hat. Und Bürgermeister Lewis hofft jedes Mal, den Gouverneur auf seine gute Seite zu kriegen. Das ist, warum er ein kleines bisschen neurotisch ist, was die... den Geschmack der Suppe angeht. Schießt so ein bisschen abseits um. Was ist los? Ich bleib mal hier so, hier hinten so ein bisschen bei den... bei den Bäumen. Hier ist es ein bisschen kühler. Na gut. Na gut, na gut. Ich glaube, damit habe ich mit allen geredet. Dann können wir das Ganze eigentlich auch starten, oder? Mal kurz rumgucken. Aber ich denke schon. Kann ich mir auch noch irgendwas nehmen? Nee. Hier verkauft auch keiner was, ne? Sonst hat er hier mal was verkauft noch. Aber bei dem Fest offensichtlich nicht. Na gut. Na, meinetwegen können wir dann anfangen. Dann fangen wir doch mal an. Ich hoffe, es schmeckt nicht schlecht. Na? So, Leute. Es ist Zeit für die jährliche Potluck-Zeremonie. Ich denke, ihr habt alle sehr hochqualitative Ingredienzchen in den Pot getan dieses Jahr. Wir wollen ja nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch in unserem Tal regrettet, ähm, bereut. Äh. Das war nur ein Radieschen. Na, Gouverneur? Würdest, äh, würdet ihr wahrscheinlich eher? Würdest du? Na, weiß ich nicht. Uns die Ehre, äh, erweisen, als erstes zu probieren? Natürlich. Ich warte schon das ganze Jahr darauf. Der sieht irgendwie so total nett und freundlich aus, ne? Und der ist irgendwie... Oh nein, hoffentlich mag der das alles. Hm. Oh, oh. Hm. Ah, ich hab nichts Besonderes dazu rüber zu sagen. Das ist eine, äh, gewöhnliche Suppe. Oh nein. Oh nein. Ich hab's verkackt. Na, er hat recht. Das ist nichts Besonderes. Das ist nicht schlecht. Immerhin. Na. Na, wer sonst möchte noch ein bisschen Suppe? Ich bin ein Noob. Äh, äh, die Suppe war nur so durchschnittlich, aber der Luau immerhin war ein Success. Mit Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hab's verkackt. Wieder mal. Dammit. Ah, ich dachte, wenn ich wenigstens was aus eigenem Anbau mitbringe, dann ist das zumindest gut, aber scheinbar nicht. Äh, das hat nicht gereicht, das hat nicht gereicht. Ich hätte was Besseres noch aufheben sollen, aber ich wusste ja gar nicht, dass es dieses Luau-Fest gibt und wie das funktioniert. Naja, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.